Hallo Leute, heute Abend ist ja die Champions League, da spielt der FC Arsenal daheim gegen den FC Barcelona und Juventus Turin gegen den FC Bayern. Und ich würde mal vorschlagen, wir tun mal die Partien mal ein bisschen tippen, mal schauen wie sie heute Abend so ausgehen. Ja, bin gespannt wie viele da wirklich mitmachen. Schreibt mir in die Kommentare und tippt einfach nur mit. So, fangen wir mal an zum ersten Spiel, Arsenal gegen Barcelona. Ganz klar für mich gibt es hier keine zwei Meinungen. Barcelona ist eigentlich für mich wieder der Champions League Favorit. Und da würde ich sagen, die Gunners, tut mir wirklich leid, aber das Spiel wird 2 zu 1 für FC Barcelona enden. Nämlich Neymar, Messi und Suarez, die sind nicht zu halten in der Klasse. So, jetzt mal zum nächsten Spiel. Juventus gegen Bayern. Das wird eine schwere, schwere Aufgabe für die Bayern auswärts in Turin. Es war ja auch nie wirklich einfach, gegen Turin zu spielen. Vidal wird sich vielleicht ein bisschen freuen, aber ich glaube, das ist der Einzige, der sich da freuen wird. Zum Ergebnis, also ich tippe auf ein Unentschieden. Also, Juventus daheim stark gut in Form. Bayern, ja, kann man auch nichts nachsagen im Moment. Lauft. So, ich freue mich, dass ihr da mitmachen würdet. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie eure Tipps sind. Und am Ende, ja, heute Abend werden wir dann sehen, wer da wirklich recht gehabt hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr tippt mit mir ziemlich fleißig. Also gut, dann würde ich sagen, bis demnächst.